So und hier bin ich dann wieder bei der nächsten Mission mit Jajirobe nun zeige ich euch was ihr hier machen müsst bei dieser Mission mit Jajirobe Ich lasse natürlich oft mal zwei laufen Und ja das ist wie gesagt aus meinem Livestream also für alle die sich jetzt wundern aber es geht ja nur darum dass ich euch helfen kann Und ihr seht auf jeden fall wo ihr die Sachen finden müsst ihr müsst auf jeden fall ein Wettangel machen mit Jajirobe ihr braucht ein riesen oder zwei riesen Katzenfisch dingens da Genau riesen Katzenfisch mal zwei und noch irgendwas was ihr dafür machen müsst ist einfach die ganze zeit angel 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 Ich würde auch versuchen Mal so ein paar köder zu benutzen Und ersten haben wir schon aber wie kriegt halt nicht immer die scheiß diese diese gegenstände ihr seht ja ich habe jetzt keinen erhalten Genau das habe ich einfach mal ihr könnt einfach irgendwie random gegenstand benutzen vielleicht habt ihr da glück einfach die ganze zeit angeln 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 bis ihr das dann bekommt es ist manchmal ein bisschen nervig ich weiß aber Ihr braucht dafür nicht tauchen ihr müsst dafür gar nichts denn ich kriege den gegenstand einfach nur durchs angeln und da haben wir schon den ersten glaube ich bekommen Genau da haben wir haben wir schon die riesen Katzenfisch habe ich als erstes so gedacht woher bekomme ich diese kacke habe ich so gedacht aber Ihr müsst einfach wirklich nur angeln und noch mehr angeln und noch mehr angeln bis ihr diesen blöden fisch habt auf jeden fall Ja ich habe einfach verkackt Dann muss habe ich das noch mal gemacht Dann habe ich weiter geangelt und noch mehr geangelt Es ist ein bisschen glück dass hier diese blöden fische da bekommt Ihr unbedingt braucht aber ich glaube wir hatten jetzt ein bekommen genau deshalb wir einen riesen Katzenfisch bekommen jetzt brauchen wir natürlich noch ein Und ja genau das ist also die mission mit der jahri roby Ich werde denke ich mal auch beide mission mit der jahri roby hier auf einmal rein machen Und ne ich werde einzeln ruchladen, einzeln, einzeln, egal Musch einzeln, weil Genau So und dann haben wir hier eigentlich ich glaube das war schon der letzte fisch Und Zack Großartig ihr müsst nicht unbedingt großartig haben Und ich glaube das war es Äh ne doch noch nicht okay da brauche ich noch mal gemacht Ja wie gesagt manchmal ist das so dass ihr wirklich gucken müsst dass ihr wirklich diesen blöden fisch da bekommt Es ist auch pures glück Zack Und äh ja ich glaube hatten wir jetzt den ja jetzt haben wir es dann müssen wir zu jahri roby ihn anlabern Die der faule hat natürlich wieder nix gemacht Er hat natürlich nicht geangelt wie immer er hat angeblich nichts bekommen aber er will trotzdem dass wir ihnen die hälfte abgeben Genau und das war schon die mission Fertig mit der jahri roby easy sogar sehr 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 einfach So ich lasse es hier einmal ganz kurz laufen Und dann werde ich Das video wieder beenden aber da so kriegt er hat hier so blöden fische da genau so abgeschlossen zack So haut rein bis zum nächsten mal wir sehen uns noch bei der nächsten neben mission haut rein und ciao ciao